Dankeschön! So, willkommen ein Lied, das haben wir zum allerersten Mal 1984 gespielt. Es war im Januar in Berlin, im Palast der Republik. Da gab's eine Veranstaltung, die nannte sich Rock für den Frieden. Den Palast gibt's nicht mehr, aber wir spielen das Lied immer noch. Das Buch. Das Buch. Das Buch. Stell dir vor, irgendwo gibt es einen Planeten, auf dem intelligente Wesen leben. Sie sehen vielleicht genauso aus wie wir. Und auf diesem Planeten gibt es Bibliotheken voll mit Büchern, geschrieben von Dichtern, Philosophen und Wissenschaftlern. Und vielleicht, wenn auf der Welt der Hass und die Gier so groß wären, dass nichts, aber auch nichts mehr sie retten kann, dann vielleicht gibt es dort auch ein Buch, das heißt, der Untergang der Erde. Es wird über uns berichten, über unser Leben, über unseren Tod und über Feuer, dass so groß war, dass keine Tränen es löschen konnten. Bis hin zur letzten Sekunde, als die Erde aufhörte zu existieren. Und das zehn Milliardenbalance und den Getran, der Hoffnung zerwarnt. Und aus zehn Milliarden Augen, ein Trauer gegen Plan Und ein Tränen, der das übernimmt Und den letzten Dank der Hoffnung sah Ein schwebendes Graf im All, auf dem keine Blume wächst Die Kontinente geschmolzen, die Meere verbrannt Ein schwarzer Stein, und wer spielt der Monik Nicht eine einzige Waffe von dem Kortenbrunnen, der für nur Dank Gott Und aus zehn Milliarden Augen, ein Trauer gegen Plan Und aus zehn Milliarden Augen, ein Trauer gegen Plan Und ein Tränen, der das übernimmt Und den letzten Dank der Hoffnung zerwarnt Und wer da will, dass die Erde nie mehr bleibt Der sich mit uns gegen schmalen Ton vereint Der sorgt dafür, dass dieses Monik als erscheint Und den letzten Dank der Hoffnung zerwarnt 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 Vielen Dank.